Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Donnerstag, der 29. März 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 341 und ich habe heute die folgenden Themen mit für euch dabei. Virtuelle Wearables, Datenschutzhülle, Giphy, ARCore 1.1, Bing, Gear S2, Tencent und Apple Event. Und beginnen wir gleich mit den virtuellen Wearables. Da hat die Firma Leap Motion, ihr mögt euch vielleicht erinnern, die Firma, die schon lange eigentlich ein Gerät zeigen müsste, was sie rausbringt, jetzt aber große Finanzspritzen bekommen hat und aktuell immer noch eine Antwort schuldig ist. Aber jetzt zeigen sie wieder mal was Neues möglich ist und das sind nämlich virtuelle Wearables. Dinge, die ihr an euren Arm, an eurer Handfläche montieren könnt, virtuell, Knöpfe, ausziehbare Displays etc. Und ja, spannend das Video anzusehen. Wer es noch nicht gesehen hat von euch, daily.geektalk.ch in der GT 341, findet ihr das Video dazu. Ich bin ja echt gespannt, wenn dann das erste Gerät von denen kommt und vor allem, was es dann sein wird. Mögt ihr euch an den aktuellen Hashtag Delete Facebook, Skandal um Facebook etc. Ein großes Problem oder eine große Geschichte von Facebook ist ja, solange ihr auf dem Rechner, mit dem ihr online seid, angemeldet seid bei Facebook und ihr auf andere Seiten geht, bekommt das Facebook mit. Sie wissen wann, wie lange, wo und ihr sowieso seid, weil eben der Login euch verfolgt. Und zusätzlich natürlich die ganzen Likes und Sharing Buttons, die da so drin sind, auch da sind Möglichkeiten drin, für Facebook euch zu verfolgen. Das zu unterbinden hat jetzt Firefox geschafft, denn die haben eine Erweiterung für den Browser, ihr Wald Mozilla nämlich, rausgebracht, die es euch erlaubt oder die es folgendermaßen vorgeht und die Facebook-Seite quasi in den Container schiebt und vor allem anderen abschottet. Heisst, sobald ihr eine weitere Seite öffnet, bekommt das Facebook nicht mehr mit. Das hilft natürlich nicht weiter bei Skandalen, wie eben um das, was aktuell gerade passiert ist mit Cambridge Analytics, aber Facebook kann somit schon mal weniger Daten sammeln von euch als bis jetzt. Dann gehen wir weiter über zu Giphy. Möchtet ihr euch erinnern, die Möglichkeit um GIFs in eure Social Media Kommentare oder wo auch sonst mit reinzubringen. Gerade in den letzten Tagen, ich glaube gestern, hat der Achim erzählt, dass Tenor von Google gekauft wurde. Ist vom Prinzip her das gleiche oder eine ähnliche App in die Richtung. Und Giphy hat jetzt einfach ein Update rausgehauen. In diesem Update haben sie vor allem das Ganze ein bisschen optisch angepasst. Eine neue Navigationsleiste ist mit drin, am unteren Bildschirmrand etc. Wer die App nutzt, sollte sich das Update ziehen. ARCore ist ja das Pendant von Google zu Apples ARKit. ARKit, jetzt ist es gegangen, genau, die Argument Reality Plattform für eben die Google-Seite. Und Google kann jetzt vermelden, dass neue Geräte dazu gekommen sind oder nächstens dazu kommen, die das Ganze unterstützen. Anders als auf der Apple-Seite, wo ja jedes Gerät, aktuelle Gerät zumindest, die Möglichkeit bekommt, das Ganze zu nützen, ist das bei Google schon ein bisschen anders. Da ist es ein bisschen, ja, wählerisch. Das Huawei Nexus 6P, das P20, P20 Pro, das Porsche Mate Design 10, Moto Z2, Samsung Galaxy A5, A7 und A9, äh, S9, sowie ein Xiaomi Mimix 2S. Das sind die aktuellen Geräte, die es nächstens dazu kommen. Es gibt schon eine Liste, die es aktuell unterstützen. Da ist das S8, das Note 8 etc. mit drin, ein Google Pixel, LG und so weiter. Wenn ihr sehen möchtet, was genau da alles dabei ist, wir haben einen Link vom Google Watch Blog bei uns mit dabei. Und da könnt ihr bald schon etwas ausprobieren. Microsoft spendiert seiner Bing-Suche, mögt ihr euch erinnern, das ist das Pendant zu Google von Microsoft. Neue Features sind zugefügt. Zum einen geht es da um die bessere Integration von Cortana, sprich die Möglichkeit zu sprechen und eine Suche zu starten. Aber unter anderem wurde auch die Bildersuche deutlich überarbeitet. Und ja, es geht das Ganze wieder mal ausprobieren, würde ich doch sagen. Wer von euch nutzt Bing als Suchmaschine? Gerne mal in die Kommentare über Social Media oder auch andere Wege in unsere Richtung. Neben meiner Apple Watch habe ich sehr gerne auch immer wieder mal die Samsung Gear S2 oder besser gesagt, die Gear S2 Classic an meinem Arm. Das Teilchen ist jetzt mittlerweile schon um die drei Jahre alt und bekommt immer wieder mal ein Update. Das letzte große gegen Ende letzten Jahres. Und jetzt ist wieder ein grösseres Update mit dazugekommen. Zum einen ist es in der Bedienung ein bisschen was angepasst worden, ein bisschen Neuigkeiten. Zum anderen wurde das im letzten Jahr die Fitnessfunktion, die deutlich aufgebohrt wurde, jetzt mit neuen Widgets ergänzt etc. Die Möglichkeit, das mit dem Smart TV zu verbinden etc. Da gibt es neue, schönere Geschichten. Wer das Ganze nutzt, sollte sich das Update unbedingt reinziehen. Meiner einer hat seine S2 Classic schon auf der Ladestation und ich bin gespannt auf das Update. Das nächste Thema geht in Richtung Tencent und die kaufen sich Anteile an der Online-Banking-Plattform aus Deutschland, der Bank N26. Die haben es bis jetzt geschafft, etwas über 850.000 Kunden zu gewinnen. Und das nächste Ziel mit eben dieser neuen Finanzspritze ist es, die 5 Millionen Kunden Grenze zu erreichen. Also doch eine deutliche Steigerung. Ich bin schon mal gespannt, ob sie es schaffen. In letzter Zeit gab es ja immer wieder mal, unter anderem auch nur, weil teilweise schlecht kommuniziert wurde, unschöne Neuigkeiten aus der Richtung N26. Ich bin schon mal gespannt, was als nächstes aus der Ecke kommt. Da dürfte ja auch das eine oder andere neue Feature mit dazukommen. Dann zu guter Letzt habe ich noch zum Apple-Event, was ja gestern stattgefunden hat, was ja vorgestern. Da gibt es jetzt drei Videos an der Zahl, die ihr euch anschauen könnt, falls ihr das Ganze nicht mitverfolgt habt. Es gab ja keinen Livestream, aber mittlerweile sind drei Videos draussen, die ihr euch anschauen könnt dazu zum neuen iPad. Und die ganze Bildungssoftware, die darum herumgewurstelt wurde. Ich bedanke mich nochmals vielmals beim Achim, der mich gestern vertreten hat. Ich war ja in Paris mit Huawei und ja, es war eine lange Nacht. Ich hätte es nicht mehr geschafft, vor 4 Uhr noch die Daily aufzunehmen. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank, lieber Achim. Euch, liebe Hörer, wünsche ich einen schönen Tag, viel Erfolg. Und wenn ihr mögt, würde mich freuen, hören wir uns morgen am Freitag wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.